Restaurant öffnet Türen. Am Samstag wurde das neue Restaurant Al Capone in der Kochstädter Kreisstraße feierlich eröffnet. Begrüßt wurden die Besucher mit einem Glas Sekt und konnten danach aus der reichhaltigen Speisekarte ihr Lieblingsgericht wählen. Auch die passende Musik durfte natürlich an diesem Abend nicht fehlen. Das Restaurant Al Capone in der Kochstädter Kreisstraße hat sich der italienischen Küche verschrien. Wir haben für sie montags bis samstags von 10 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet. An allen Sonntagen haben wir durchgängig von 10 bis 23 Uhr offen. Also schauen Sie mal vorbei im Al Capone Dessau und lassen Sie sich kulinarisch verzaubern.